Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly und heute geht es tatsächlich mal wieder um HTX bzw. um einen kleinen Appetizer. Der Aufhänger von der ganzen Geschichte heute sind zwei sehr nützliche Features von HTX, die in der nächsten Version von HTX, das wäre dann also 2.11 dann drin sind, sofern man nicht die Nightly's verwendet oder sich die Firmware, das HTX halt selber baut. Und ja, mir sind die aus einem ganz bestimmten Grund aufgefallen. Ich möchte euch die erst mal zeigen, sozusagen wertneutral und das mache ich einfach mal an dem Simulator. Da ist das ein bisschen einfacher als direkt an der Anlage, aber wir gehen gleich nochmal dann auch direkt auf die Anlage drauf. Okay, Feature Nummer 1, was ist das? Dazu gehe ich mal in die Modellkonfiguration und gehe meinetwegen hier in die Inputs und pick mir jetzt hier irgendein Input raus. Ist erstmal völlig egal. Genau, da haben wir das typische Bild. Wenn man aber hier mal hinguckt, bei Gewicht und Offset, da sieht man eine Veränderung. Bislang war es da nur möglich, hier bei dem Gewicht beispielsweise oder auch beim Offset konstante Werte einzutragen, beziehungsweise eine globale Variable für die Einstellung zu benutzen. Und jetzt befindet sich hier rechts neben all diesen Feldern, das betrifft also nicht nur Gewicht und Offset, sondern das geht auch weiter, zum Beispiel hier bei Expo. Also bei all diesen Feldern, wo man bislang nur feste Werte oder globale Variable eintragen konnte, da haben wir jetzt hier noch einen Button und der heißt Source. Source heißt so viel wie Quelle und wenn ich den aktiviere, dann wechselt das Layout hier zu einer Dropdown Box und diese Dropdown Box bietet mir den normalen Input Selektor an. Ich kann hier alle Inputs auswählen, die ich auf meiner Anlage zur Verfügung habe, um beispielsweise hier das Gewicht für diesen Input zu steuern oder meinetwegen hier bei Expo auch den Grad der Exponentialkurve irgendwie einzustellen. Da könnte man jetzt zum Beispiel hier das Poti S1 nehmen, was denn die Expo Einstellung verändert. Das könnte ich mir bei Expo vielleicht noch vorstellen, dass man hier dann oben das über S1 regelt. Ich finde das Feature unwahrscheinlich spannend, weil das sozusagen auch wieder die Symmetrie in HDX berücksichtigt. Also es ist ja so gut wie alles in HDX symmetrisch. Man kann alle Inputs für alles einsetzen, man kann alle Mischer für alle Kanäle einsetzen. Nur mit diesen speziellen Werten war das bislang nicht so und diese Lücke hat man jetzt geschlossen. Das ist erstmal so der Punkt, warum ich das spannend finde. Was jetzt so der tolle Einsatzzweck dafür ist, kann ich euch im Moment noch gar kein Beispiel geben, aber ich bin sicher, da werden sich noch super Sachen auftun. Gut, das war Nummer eins. Nummer zwei betrifft die LUA-Skripte und ich bin mir jetzt nicht sicher, wer jetzt oder wie viele von den Zuschauern jetzt selber LUA-Skripte schreiben. Also es betrifft eigentlich nur die Autoren von LUA-Skripten. Wir haben nämlich jetzt mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Ich habe hier ein eigenes LUA-Skript, das heißt Hardware-Extension. Was das ist, werden wir gleich an der realen Anlage uns dann nochmal angucken. Aber wir wissen alle, dass man diese Widgets einstellen kann. Und jedes Widget bringt also einen entsprechenden Einstell-Dialog mit. Und dieses Widget hat jetzt hier eine ganze Menge von Optionen und es sind nämlich zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Einstell-Optionen bringt das mit. Und das ist jetzt die Neuerung. Bislang waren maximal fünf möglich. Und das lag ganz einfach daran, dass dieser Dialog mit diesen ganzen Optionen nicht scrollbar war. Und dann haben eben nur mit Müh und Not fünf von den Optionen dort Platz. Jetzt sind es zehn. Und das, ich denke, das wird von vielen Skriptautoren jetzt auch genutzt werden, weil man nämlich viele Konfigurationen der Skripte einfach besser unterbringen kann. Meine Skripte zum Beispiel zu dem Thema Multiswitch oder ähnliches, die brauchen immer viele Einstellmöglichkeiten. Und die machen die Einstellungen dann auch über Konfigurationsdateien, was zwar auf der einen Seite ein mächtiges Instrument ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen umständlich, weil man ja immer dann diese Konfigurationsdateien mit dem PC editieren muss. Und hier hat man jetzt eben mehr Möglichkeiten. Gut, das waren die beiden Dinge, die also, wie ich finde, auch wieder ein sehr schöner Schritt nach vorne sind. Und jetzt wechseln wir einfach mal zu der realen Anlage. Anlage ist nicht so ganz im Bild. Ich ziehe das mal ein bisschen hier runter. So, okay. Gut, wir haben jetzt hier die Anlage liegen, gleich in dem Senderpult. Das Senderpult, das hat so eine kleine Elektronik, leuchtet hier auch fleißig oder man sieht das hier durch das Loch vielleicht auch ganz schön. Und die ist auch angeschlossen an der ersten seriellen Schnittstelle von der RadioMaster. Gucken wir uns gerade da die Konfiguration auch nochmal an. Wie sind die seriellen Schnittstellen konfiguriert? Da haben wir die erste serielle Schnittstelle hier, die steht auf S-Bus-Eingang und die zweite serielle Schnittstelle steht auf Lua. Da fragt man sich natürlich, wieso die zweite serielle Schnittstelle hier auf der anderen Seite. Da ist doch gar nichts angeschlossen. Nun, das stimmt nicht ganz. Wer meine Folgen ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich für die Steuerung von diesen, naja, eigentlich nicht die Steuerung, sondern für die Wertbestimmung von den Schalterpositionen dieser Stickend-Schalter hier in der RadioMaster einen ganz winzig kleinen Microcontroller verbaut habe. Und dieser kleine Microcontroller, der nutzt in der Tat die rechte Schnittstelle, die jetzt hier auf Lua konfiguriert ist. Allerdings nutzt der die in einer Art und Weise, sodass diese Schnittstelle hier nicht vollständig blockiert ist. Man kann sie also zusätzlich noch benutzen, diese serielle Schnittstelle dort. Okay, achso, auf der linken Seite ist S-Bus-Eingang. Das macht hier die Pult-Elektronik. Die liefert nämlich dann die zwölf Kanäle von den Space-Mouses. Die Space-Mouses haben sechs Achsen. Jeder hat sechs Achsen und zwei Space-Mouses sind hier angeschlossen. Und die werden über den S-Bus-Eingang jetzt an die Fernsteuerung geliefert. Das war aber früher auch schon so. Und das macht hier die kleine Pult-Elektronik, die ich jetzt mal hier unten rausziehe, ohne dass da ein Stecker rausflutscht. So, genau. Gut, aber ich wollte das eigentlich mit der Hardware zeigen. Wir haben also hier auch dieses Widget. Und da passiert nicht viel, wenn man das in vollem Bild anzeigt. Man sieht hier so einen Zähler durchlaufen. Das sind einfach die Pakete, die dieser kleine Microcontroller an der RadioMaster sendet. Man sieht also, da tut sich was. Und wenn man hier schaltet, dann sieht man also auch, welcher Schalter gerade eingeschaltet ist. Im Moment steht da 0, da ist keiner eingeschaltet. Das ist die 1, das ist die 2. Wenn ich hier drauf drücke, haben wir die 4 und so weiter und so fort. Also das ist nur, damit man sieht, dass sich da was tut. Genau. Und wenn ich hier diese Schalter bewege, wie das genau funktioniert, mache ich nochmal eine extra Folge dazu. Da, wenn ich die Schalter betätige, dann werden logische Schalter betätigt. Gucken wir uns gerade kurz an. Ich wollte keinen neuen einrichten, sondern ich wollte sie mir alle angucken. Jetzt bin ich da an die falsche Stelle gescrollt. Hier haben wir zum Beispiel den logischen Schalter 50. Und wenn ich den jetzt hier aktiviere oder zur anderen Seite, dann gehen diese logischen Schalter. Und welche logische Schalter jetzt hier betätigt werden, das kann ich jetzt eben hier einstellen. Da steht SW1 LS, also der logische Schalter für Switch 1. Und Switch 1 ist der hier. Und das war 50, der logische Schalter 50, so wie wir das eben gesehen haben. Genau. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf drücke auf den da, der ist jetzt auch hier bei der Multi-Switch konfiguriert. Ich springe jetzt thematisch ein bisschen zu den Multi-Switchen. Der Multi-Switch hängt also hier an dem Empfänger über den Crossfire-Bus dran. Von solchen Multi-Switches, in der letzten Folge hatte ich das mal beschrieben, sind bis zu 256 Stück möglich. Also das übersteigt eigentlich dann auch komplett unsere Schaltmöglichkeiten hier an der RadioMaster. Aber apropos Schaltmöglichkeiten, ihr seht, ich habe hier die Schalterboards mal hingelegt, die ihr von meiner Varioprop kennt. Oder von dem Neuaufbau der Varioprop. Und diese Schalterboards sollen auch hier an die Pult-Elektronik noch angeschlossen werden. Und ich war ja eine ganze Zeit lang mal weniger aktiv. Mittlerweile bin ich aber wieder ein bisschen mehr aktiv. Und was momentan passiert ist, dass ich alle meine Module neu designe. Und dazu gehört also auch die Elektronik für das Senderpult. Und diese Elektronik wird dann so ähnlich arbeiten, wie das, was ihr schon von der Varioprop gesehen habt. Da kann man dann beliebig viele von diesen Schalterboards dann auch anstecken. Ja, und man kann die dann hier vielleicht noch so hin machen. Oder hier vorne. Dann haben wir also auch genug Möglichkeiten. Und kann also hier auch unseren Multiswitch nicht nur über die Schalter der RadioMaster bedienen. Wie zum Beispiel den hier. Sondern wir können es eben auch über den Touchscreen machen. Oder in Zukunft dann eben auch über die anderen mechanischen Schalter. Oder wer sich daran erinnert, die Pult-Elektronik hatte auch Bluetooth. Sodass man also auch alles über sein Handy bedienen kann. Wenn einem ein Touchscreen nicht ausreicht. Oder einem die physischen Schalter nicht zusagen. Oder was auch immer. Okay. So, das war eigentlich jetzt in Summe nur ein ganz kurzer Appetizer auf die Version 2.11 von HDX. Und natürlich auch ein Appetizer auf die Erweiterung dieses Senderpults um die physischen Schalter. Und wie bei allen meinen Projekten findet ihr natürlich dann die Unterlagen, die Software, die Platinen und so weiter als Open Source auf meiner GitHub-Seite zum Nachbauen. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.